so wir kommen hier zurück bei unseren wir machen jedoch diesen franchise modus weiter bin ich einfach besser wir starten auch wieder beim ersten und schauen dass wir die sterne holen sandbox im endeffekt ja gut cool aber wir bauen hier auch immer grundlegend eins auf wenn wir genauso dann machen vom anderen gut wollte ich genau nicht jetzt so da können wir uns auch keine erweiterung kaufen und ok der rufbissin hier verbessern könnten überlegen was wir da jetzt eigentlich alles haben an der psychiatrie könnten wir jetzt noch zuführen jeden fall auch noch die weiterbildung ist ganz gut Gut, es kostet uns 10.000, den nehmen wir aber trotzdem gerne an. Gut, also das haben wir gelernt, das müssen wir dann auf jeden Fall machen. Ein Arzt in die Psychiatrie bitte. Ja? Ja, ich denke, wir werden dann noch irgendwann upgraden. Wir sind aber gut unterwegs, heilen die Patienten. Aber zumindest schmeckt es gut. Das heißt, wir können uns das auch alles nach und nach kaufen. Natürlich geil. Die Entleuchtungsklinik benötigt einen Arzt. Die Entleuchtungsklinik bitte einen Arzt. Die Patienten müssen ja auch gut behandelt werden. Jetzt haben wir auch einen, der in Psychiatrie das macht. So heilen wir uns die Patienten jetzt durch. So heilen wir uns auf jeden Fall. Weitere Bildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Mechanik. Mechanik lernen wir auch gleich. Was zu upgraden. So, die Preise können wir eigentlich erhöhen um 20%, denn sind da gut unterwegs. Das ist mein Medikamentenmixer weiß ich. Das ist mein Medikament. So, das ist mein Medikamentenmixer weiß ich nicht. Nein, es geht live. Das ist mein Medikamentenmixer weiß ich nicht. Das ist mein Medikament. Ein qualifizierter Hausmeister zur Geisterentsorgung, bitte. Patienten mit hellem Köpfchen treffen ein. Die jährliche Prüfung steht bevor. Okay. Gesundheitspreis des Two Points County. Arzt des Jahres geht an den Besten-Auswahlkandidaten. Krankenpläser, Arbeitgeber des Jahres. Juhu! Ja viel zu tun momentan jetzt bei uns. Aber das ist ja gut. Guck mal wie schon der aus. Ja hohe Warteschlange beim Licht, aber das ist nur wegen dem Auftrag. Sonst wäre es ja eh nicht. Psychiatrie 2 könnte man durch. Was nennen wir das? Der lernt das jetzt auch? Das heißt, dann haben wir den auch für das und da kannst du einen anderen lernen, so wie ich das verstehe. Oh oh. Da ist die Maschine jetzt auch noch kaputt. Oh, danke. Danke, 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 danke. Alle 30 Prozenten verdienen allerdings mehr Wert. Ja schon. Das taugt uns. Ja. Also Mr. Glühbirne wartet, dass die Glühbirne abgeworfen wird und der neue Kopf eingesetzt wird. Da fehlen noch Nummer 2, dann haben wir die auch erledigt. Da geben wir eine Pflanze rein. Und dann Bild. Dann Sonic Baum. Dann Sonic Totem. Ah. Das ist so schön. Das ist das transaktiv. Das ist das in zwei Tagen? Das ist das inspektor. Das ist das Grattenhaus. Ich vermisse schon. Da gibt es das Kramhaus. Ach, das ist das inspektor. Der insektoren hat... das ist ein Nahschrank ich habe gestern mal den Cirque du Parfait besucht ich war echt beeindruckt wie experimentell die Vorstellung war da muss so angefangen werden dass ich mich einfach falsch herum hingesetzt und die ganze Zeit auf die Zeltwand gestarrt hatte so muss es sein weiterbilden 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 nehmen wir das Upgrade ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt warum ist hier kein Arzt so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So schön Hast du Jäger, wenn wir nehmen? Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen Dann läuft das gut, wir sind immer gut gesetzt, glaube ich Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen Na gut, das haben wir eh Was bringen wir die ganze Zeit? Also, da kannst du keiner was überwerfen Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers bitte Ja, da gehen wir zwei SMS-Apotheker, ja, nehmen wir Wir treffen jetzt an der Apotheke ein Jetzt weiterbilden Jetzt sind so das Leiden, die emotionalen Integrenz So